Hallo, hier ist Quert von PocketPC.ch und heute möchte ich euch einmal zeigen, wie das SLCD vom HTC Incredible S im Vergleich zum AMOLED vom Nexus One oder auch beim Desire aussieht in der Sonne. Ich bin jetzt in einem halbwegs beleuchteten Raum und gehe jetzt einfach einmal zusammen mit euch noch draußen. Ich habe das Ganze hier auf ein Tablett gepackt, damit ich hier nicht sehen kann. Das ist alles in voller Helligkeit. Wenn ich jetzt von hier gucke, ich glaube auf der Kamera sieht man das nicht so gut, also man kann etwas erkennen, aber nicht zu viel. Jetzt drehe ich mich mal genau in die Sonne. Ich weiß nicht genau, ob man das hier gut erkennen kann. Es rutscht ein bisschen. Mit der Kamera erkenne ich schon mal nichts mehr, das müssen wir gleich mal sehen. Ich selber erkenne ein bisschen was, aber natürlich nicht so viel. Es sieht aber auf dem SLCD meiner Meinung nach etwas besser aus draußen. Also wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Channel oder besucht uns auf www.pocketpc.ch. Vielen Dank.